Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Jo hier vom kanalischen MWP. Wir schauen mal Stars Republic Kommando. Im letzten Part haben wir zum Wookie Treffpunkt vorgerückt und haben dann festgestellt, dass die Separatisten einen riesigen Kreuzer geschickt haben, um Kashyyyk einzunehmen. Das heißt, unser neuer Auftrag ist es, den zu finden und zu zerstören. Und an dieser Stelle jetzt war ich natürlich sehr viel Spaß damit. Let's go! Der Kuligerwitz brauchen wir ja gar nicht. Einen nach dem anderen. Machen erst mit denen. Zwei Kavern kommen hier. Oh, da hätte es noch ein Geschütze so wie jetzt jetzt sehen. Lass er den töten. Das hier ist das Geschütze, oder? Oh, sehr gut, die machen gute Arbeit. Oh, einer kommt noch raus. Oh, sorry. Sehr gut, er bleibt. Er bleibt nicht. Ikka wird aufgehört. Ich hab auch sie in ihn zurückgeschickt. Jetzt hab ich's. Geht drauf. Töd ihn doch endlich. Digga wie viel HP hat er. Nein, du solltest das Manöver nicht abbrechen, das war so. Ich glaube, da steht noch keiner. So schön wie das Ding. Das Rueckers vorne. Oh, sehr gut die Sniper. Ich brauche Entdeckung. Hier rollt noch eine. Vier Sekunden noch. Sehr gut, kommen zwei Sekunden. Spreng das Schindling auf der Reichen, Sir. Geil mit den Reichen. Wir müssen das nicht ausfassen können. Wir machen Sie alle Deltativen. Nicht schön, Sebastian. Der Guy hat Mino gekriegt. Der muss ich ganz schnell resen, sonst haben wir verloren. Ja, er hat's geschafft. Jetzt ist er tot, das ist geil, das ist geil. Ich hab das, ich hab das. Ja, so. Jetzt ganz kurz ihn resen. So, den Mann habe ich auch noch selber. Vorbei. So, ich mache ja auch selber. Gute Arbeit wie immer Deltas. Die Haupttür scheint effekt zu sein 3er. Sie müssen den Wartungsgang nehmen. Sprengen Sie einen der großen Treibstofftanks, um da schnell reinzukommen. Der Rechte scheint leer zu sein. Versuchen Sie es damit, over. Ich glaube, das kriegen wir hin. Da ist der Sniper-Monit, bitte. Ne, das ist wieder Sprengstoff. Ich nutze den halt fast nie. Oh, let's go, das hier. Magda Prozedur einleiten, Delta. Okay, let's go. Okay, let's go. Oh, kleine süße Wookie-Babys. Negativ. Baby-Woshir-Bäume. Sie befinden sich im Garten der Wookie's. Ah. Brashe-Bäume sind die... weniger zurückgelaufen. Wegen dem Kontrollpunkt. Äh, ja, das sind diese Bäume, wo auch dieser Lebensbaum einer davon ist. Oh, shit. Das ist eigentlich die falsche Granate. Die Baby-Wookies lieber? Eigentlich nicht. Zu niedlich. Ja, wir haben ihn, let's go. T-MMagie. Oh! Wir haben nur einheitbereitig! Nein! Nein! Oh! Oh! аем- Oh! Junge, die Minigun ist so geil. Schalten Sie sie von dort aus, Delta. Ja, da. Alles klar, da! Warten zuerst noch fertig und aufladen. Oh, oh! Noch einer. Der Boss hat was abgegeben! Ich bin immer One-Shot von dem Typ. Er ist auch tot. Wir haben keine Chance. Der farmt alles. Oh, er ist schon da. Ich geh hinter den! Ich geh nicht hinter den! Haben wir ihn? Ja! Ja, los geht's! Ja, los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Die Mini-Mini-Gunters sind so op. Halt sie sich von dort aus, Delta! Bin unterwegs! Ah, die anderen sind auch schon gut angechlagen. Oh, schon wieder einer! Oh mein Gott, die Bettler-Stern. Jetzt gehen die Team jetzt so schön weg. Oh! Eine muss in Dresden. Unterstütze Delta 4-9. Der andere geht schon selber an die gerade an die Tür. Könnte ich hier die Nate gegen die Wand schmeißen, dass sie ihn hittet? Ja, es hat funktioniert! Ja! Los sein, die Mini-Gun. Ja! Haben Sie das gehört, Boss? Sie versuchen wohl, durch die Tür zu kommen. Wir könnten Sie mit einer kleinen Granate begrüßen! Ausgezeichnete Idee, Fixer! Ich mache jetzt weiter! Ausgezeichnete Idee, sehr gut! Oh, wir können einfach permanent mit der Mini-Gunterschwingen! Das schliegt! Die laufen da nicht hin. Nein! Das müsste sie auch wegmachen! So, Attacke! Position ändert, Delta! Schalten Sie sie von dort auf! Ja, sehr gut! Ich hab die an die Tür von der anderen Seite geöffnet! Ist es wieder so einer? Der häselt mich trotzdem! Nein! Ich will gerade Befehl abbrechen, oder? Weil die nur da hinten stehen! Die Dullis! Die sind nur im Nachbarraum! Oh, und jetzt kommt ausgerechnet der Einzige, der bei mir im Raum ist! Sehr gut! Sehr gut! Hilfe mir, oder? Das geht mir auf die Nerven! Oh! Die Nerven ging auf mich! Das ist die Frage, vielleicht kann ich die herlocken? Dann ist es gut, wenn du durchstehst. Jetzt packen wir die echten Waffen aus! Jetzt packen wir die echten Waffen aus! So, 122 Schuss noch! Das war... Ich stand an der Kante! Ich will da eigentlich gar nicht da hingehen! Komm, vielleicht können wir in Deckung bleiben! Ich gebe Ihnen die Schuld! Ja, ich glaube, es steht Deckung, oder? Besteht hinter der Kiste! Ja! Wir haben mich erwischt! Ich muss schon mal die Granate auswählen! Ich muss schon mal die Granate auswählen! Ich will mich die Bio-Granate schmeißen dieses Mal! Ja, let's go! Wir haben ihn! Das wird jetzt nochmal wieder Zeit für heal! Ja! Und da haben wir noch schön! Genehmigen Sie sich etwas Bacta! Die Tür ist offen! Gehen wir! Geht wieder kaputt! 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 Ich línea mit unter linken! Fühle mich wieder gut! Ich gucke jetzt hier! Ja! Er ist gut! Das andere... Oh mein Gott! Hinter uns! Sehr gut! Du wirst sehen, ich will die nicht vorliegen. Ich mach das aber selber. Das dauert eine Minute. Oh, jetzt filmen die Laserleute wieder. So, einer von denen muss das machen, weil ich kann das nicht coveren. Einer geht an den Sniper-Spot und einer an den. Dann machen die fett Schaden. Warte, und die können wir hier noch... Oh, jetzt ist die, die spawnen. Oh, ich will mir seine Mini-Gun nehmen. Die können ihn schlecht hitten. Ich schieße nur gegen das Ding. Da haben wir die anderen beiden Snipe noch gar nicht. Da spawnt auch keiner mehr. Okay, das hat hier einfaches gedacht. Das Licht ist gerade angegangen. Bestätige, Alpha-Generator online. Trandos Eldner. Ja. Das waren wir Eldner 23. Oder noch jemand. Eigenartig. Unterschutzgebäne. Seit wann können Trandoscharner fliegen? Sie, Bacta. Jetzt. Oder hat Eldner. Und, come on. Ah. Nein. Ist ja doch wieder nur der kassiert, der ohnehin schon Lauf war. Oh. Ist halt voll daneben. Sehr gutes Tor. Mir wird auch instant getötet. Einer über mir, oder? In die Flaschis. Let's go. Mit der irgendwie krasse Ernährung von dein Leben her. Die stürzen direkt ab, immer. Vielleicht snipe ich meine teammates. Ich hab das schonmal wieder so krass. Keine König hier snipen gehen. Auch schon tot. Junge, wie krass. Mein Name hat mich mit! Wo ist das Ding? Lets go. So, let's go, wir schaffen das! Oh, die spammen jetzt schon deutlich mehr als vorher. Ich glaube, man braucht nur zwei Sniper-Hits. Und dann sind die schon tot. Der Generator online. Das habe ich gemeint. Ein Generator mitten in einem Baum. Wenn das nicht seltsam ist. Sieben, wenn das hier vorbei ist, schicke ich Sie höchstpersönlich in Urlaub. Gehren Sie zum Hauptkorridor zurück bei den Deltas. Bleiben Sie in Bewegung. Ich will mich selber healen. Ich darf mich nicht healen. Ich fühle mich wieder gut. Ich bin schon voll doll. Ich bin doch ein Idiot. Gehren Sie zum Hauptkorridor zurück, Delta. Es kann ihn! Junge, der versügelte und tote Wookie. Da tötet ihn. Oh, oh, er hat das. Oh, wie denn meine? Also jetzt nehme ich auch mal selber. Dann kannst du auch nicht mehr abwärts. Dann sind die Superkampf drin. Sorry, das war... Ja, ich hab meinen Team gebetätet. Erased die Erwärm wieder. Komm schon, Chief. Er ist nicht mehr. Oh, da kommt der Nächste. Oh, da kommt der Nächste. Oh, da kommt der Nächste. Und hier ist der Nächste. Der Rieger steht gar nicht auf. Oh, jetzt werde ich nicht mehr dämmt. Der ist eine blöden Nächste. Jetzt geht der Nächste. Jetzt geht der Nächste. Jetzt geht der Nächste. Oh, scheiße. Die müssen jetzt sterben. Ich bleibe bei der Tür. Wenn die zugeht, kann der Nächste. Warte, welcher von denen geht eigentlich? Ja, das Licht eher steht unnötig Ich muss jetzt so viel Muni vergessen 12 Sekunden noch Warte, welche? Nein, 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 nein Sie macht Ruinen knapper Sorry, er konnte nicht mehr hacken währenddessen Oh, sehr gut Let's go Da ist noch einer gespawert Den haben wir auch geil Ja, let's go Noch soll ich Ich weiß nicht mehr, wie viele Abschüsse ich habe Hier ist der Jetzt will ich keine Muni mehr, nur noch hier schon Ich hab keine Muni mehr für irgendwas Noch ein Hangar Oh, ich hab nur die Minigun Seit wann das? Ja, gut, ich hab mich auch zu helfen Trotzdem direkt hoch von der Rakete gehittet Ja, du hilfst doch, sehr gut Ich hab jetzt die Minigun gemacht, vielleicht nicht so viel Schaden aufreden Aber Bestimmt besser als die Pistole Oh, shit, der schießt wieder nach der Rakete Perfekt so hinterm Teammate gedocht, dass er reingedited hat Ja, Sir, vielen Dank, Sir Roger, oder Magda? Da unten ist da ein Wookie Er will uns anscheinend was sagen Magda, Prozedur einleiten, Delta Magda ist da nicht loben Delta, ein Tier öffnen, los Ich fange jetzt an Fühle mich wieder gut Aktiviere Detonator Gesichert Was machst du, was Spreng gehört denn? Oh, ne, genau, jetzt muss ich nachladen Moment, wo die Pantschen Ah, das ist ja der andere Weg hier reig gewesen Ah, ne, die Minigun macht nicht viel Schaden Boah, die Minigun machen nicht viel Schaden So, ich spamm die letzten Apes auf die Rat. Messer ankommen. Ich hoffe, dass dieses Ding genauso viel Schaden macht wie das Messer. So, ich hab nur noch Bio-Granaten, aber die helfen gegen Gidex. So, die anderen sind da drin. Die gäbe ich stuck hinter dem Wookie. Doch, er geht durch, let's go. Der Wookie ist selber nur stuck. Das war auf jeden Fall mein Money. Ja, let's go, direkt hier. Neue Granaten, ja, Terminkracher, let's go. Hat sich gelohnt, ihn mal raus zu wasten. Ist das hier ein ATT? Nein, das ist ein Geschütz. Das ist Grievous. Nicht ganz Geschütz. Oh oh, es ist General Grievous und er scheint nicht allein zu sein. Separatisten, Verräter. Sir, Grievous entkommt. Ich habe das Signal verloren, verdammt. Ich informiere die Wookie. Wir können im Moment nichts unternehmen. Wir können im Moment nichts unternehmen. Wo ist das Geschütz? Es fährt hier nach links und drückt. Oh shit. Der eine muss ins Geschütz aussteigen. Das wärs wichtig. Grundgeschossen, Delta. Ja, let's go, die zerfetzen wir. Noch einer. So. Wir müssen ganz rauf und der Schütz springen. Let's go. Da ist sogar noch ein drittes Geschütz. Okay, jetzt haben wir das Sniper. Oh, ein Raketenwerfer, let's go. Oh Junge, den hätten wir einsetzen müssen gegen die Magna wachen. Aber vielleicht fighten wir echt nur gegen Grievous, das wär ja ultra krass. Da müssen wir langen. Oh mein Gott, so kühle. Da wäre jetzt ne Nades hätte es fallen gewesen. Aber die haben ja jetzt schon fast alle tot. Der 4-0 hat zerfischt. 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 Oh, direkt zerstören. Wo ist der, der uns zerfischt hat? So, das sind auf jeden Fall Superkampfbrühen, die da rauskommen. Keine Rakete bitte. Er hat ne Rakete geschossen, aber nicht getroffen. Ich schmeiß noch einen Nake. Wir achten zum Glück erst jetzt auf ihm. Scheiße. Wobei, ne, wir achten auf den Wookie. Alter. Geil, der Wookie kann ihn zerfetzen. Jetzt töte die Wookie. Oh, die habe ich echt getötet. Sorry. Sehr gut, ist auch tot. Ich komme schon im No-Scope. Ich komme schon im No-Scope. Okay, ich war nicht mit dem Hintersetzer. Ich habe nur noch diese Bio-Kanasse. Sehr gut, er ist tot. Die Blind-Kanaden. Aber die Blind-Kanaden sind halt so geschissen. Die helfen gegen niemanden. Ich bin mir immer selber. Ja, scheiße. Was sind Waste? Die bringen mir doch echt nix. Dass wir alle auf den hier gehen. Gehst du immer noch auf den? Na gut, jetzt alle auf den. Schöne gesehen, die gehen jetzt. Jetzt alle auf den. Kommt! Kommt! Stirb! Let's go! Ich gehe auch Bacter holen. Das braucht zwar nicht viel, aber... Ich bin nicht froh. Oh, warte, ich habe eine Idee. Was ist gegen die Hilfe? Let's go! Okay, gegen den Waste. 2 Leute weniger. Kümmere mich um 6.2. Hilfen Sie dem Kommando. Alles klar, an dieser Stelle geht es dann beim nächsten Mal weiter. Ich bin für der Partei. Ich freue mich, wenn ja das gerne ein Like und ein Abo da ist. Vielleicht im nächsten Mal wieder. Tschau!